Da hatte ich jetzt mehr Glück als Verstand. Puh! Geschmackt die Waffe irgendwie? AP? Ich hab keine AP. Ich hab mir die Waffe gekrallt, ganz einfach. So, Idioten-Dinger auf dem Kitz. Vielleicht versuche ich's mal, dass ich den auch auf dem Kitz gehe. Normalerweise trifft man die ja von hier aus. Hier ist aber schon einer. Was ist das Problem? Hey, komm schon. Von da unten mit einem Treffer. Ah, ich seh ihn. Und jetzt ist er am Arsch, weil alle auf ihn drauf rennen. Na, zumindest drei Leute. Was ausgeschlossen ich, äh, alle sind. Wow, das waren grad vier verschiedene Richtungen, aus denen ich getroffen wurde, von allem Typen. Kann man das bitte mal einer erklären? Das hat nur einmal um mich drum herum gehüpft. Hier ist ein kleiner Dilldop. Mhm. Die mit ihren Dropgranate-Kram genervt. Red Team ist jetzt gewinnen. Wieso muss ich ausgerechnet jetzt bewegen? Das muss doch da unten irgendwo sein. Jetzt lass mich doch den einen mal killen. Er hat mich doch eh schon zehnmal mehr rumgebracht, als ich euch. Ich kann ja noch nur auf den Keks gehen. Red Team ist jetzt gewinnen. Zwei Treffer. Immerhin. Ich weiß aber jetzt, wie ich ihn kriege. Und zwar genau wie der immerhin habe ich ihn weh getan. Ähm. Dann probier's ich nochmal mit. Ich kletter da hoch und versuchen da raus zu kloppen. Ey, komm schon! Auf die Entfernung muss das sein. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass da einer kommt. Das hat der echt die gute Knarre geschnappt. Ach, komm. Vier Treffer, zehn Leben abgezogen. Irgendwo. Stimmt das nicht. Gut. Wenigstens habe ich jetzt nah an den Gang gehabt, aber das hat sich auch relativiert. Ähm. Er kriegt mal einen zu viel. Da kriegt mal einen zu viel. Wo ist er? Nicht da. Das Trommelfeuer kommt von woanders. Nett. Headshot. Red Baby Wolf. Nett. Two Combos. Battle Wolf. Endlich mal was verdientes. Hm. Sag es dich, ich werde hier eh gleich drauf gehen. und wieder zurück. Das läuft doch gerade mal richtig gut. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Los, 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 los. Auf Rivalry Mode. Aha, aha. Snake Attack. Blood Wolf. So. Okay. Ich habe erst vier, der andere hat elf am Stück gekillt. Irgendwo passt da was nicht. Ich mag die Waffe irgendwie. Red Team ist jetzt gewinnen. Oha. Ein Treffer mehr und ich hätte ihn gehabt. Ich hätte ihn gehabt bei einem Treffer mehr. Ha, ha, ha. Ich will diese Waffe wieder haben. Und diese Waffe wieder haben. Hm. Red Team ist now winnen. Ah ja, klar. Hm. Ach, Mann. Beinahe hätte ich ihn gehabt. Hm. Da hat ihn einer erwischt. Da holt ich jetzt auch einer von uns. Dann hoffentlich die goldene Kanone. Und dann geht's ab. Und dann sehen wir mal die anderen. Wo war die Granate? Da war die raus. Oh ja. Meine Lieblingswaffe. Die Sache ist die. Ich muss jetzt die Gegner überraschen. Mehr oder weniger. Sonst bin ich stramm. Hm. Ah, ah, ah. Das Waffe. Meins, ich hätte dich nicht gesehen. Schlaumeier. Hatte ich eigentlich noch eine... Ich hoffe, ich hatte jetzt lange genug gewartet. red team is now winning. Ha, ha, ha. Oh, Mann. Das ist jetzt grad mal richtig cool. Elite Wolf. Ich bin zwar mit meinen Kills immer noch hinten dran, aber... Oh, da ging was an meinem Kopf vorbei. Ich bin zwar noch richtig hinten dran, aber es läuft. Red team is now winning. Jetzt vermuten sie mich da oben. Das heißt rein, die woher ich... Nein. Oh, der hat mich gesehen. Der hat mich unter Garantie gesehen. Und wenn die jetzt untereinander schreiben... schade, die Niederlage, aber... Woa, verdammt. Okay, das wird jetzt eine sehr interessante Sache, weil noch sind wir zu zweit. Und ich bin zwar King, aber ich hab keine Ahnung, wie gut der andere ist. Mit Waffen und so weiter. Im Moment bin ich grad schneller. Ich weiß auch nicht, woanders liegen könnte. Ich nehme mal nicht an, dass er sich hier irgendwo rumdrückt. Das wäre nämlich echt verrückt. Ja, ist klar, weil wir uns nicht finden im Moment. Hier oben dürfte er auch nicht sein. Und da ich kein Snipergewehr habe, gehe ich auch wieder runter. Immer schön nett bleiben. Jetzt haben wir die erste Fatality in Moon-Team. Wie cool. Jetzt habe ich auch endlich eine anständige Waffe. Red Team ist jetzt gewinnen. Hm. Dass ich den ersten Abschuss nicht gemacht habe, ist zwar schon ein bisschen blöd. Wieso ist hier was explodiert? Yes. Keine Explosion? Gut. Ah so, da ist. Oh, mit einem Oh, mit einem Sniper.